Mit JetClean Tronic 2 haben Sie die Möglichkeit, verunreinigte Benzin- und Diesel-Einspritzsysteme sowie deren Ansaugsysteme entweder einzeln oder zeitgleich in eingebautem Zustand zu reinigen. Dabei eignet sich JetClean Tronic 2 nicht nur für die Reinigung von PKW, sondern für nahezu alle derzeit am Markt befindlichen 2- und 4-Takt-Kraftstoffeinspritzsysteme von Vans, Trucks, Motorrädern, Bau- und Landmaschinen sowie Booten. Die Anwendung von JetClean Tronic 2 hat den Vorteil, dass die Reinigungskonzentration hoch dosiert ist und bestehende Probleme sofort beseitigt werden. Alternativ kann die Reinigung aber auch vorbeugend erfolgen. Lesen Sie die Betriebs- und Bedienungsanleitung mit allen Sicherheits- und Warnhinweisen bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die Reinigung exemplarisch an einem Benzin-Einspritzsystem. Um mit der Kraftstoffsystemreinigung zu beginnen, prüfen Sie zunächst, ob für die anstehende Reinigung der richtige Kraftstofffilter am JetClean Tronic montiert ist. Wird der richtige Filter bereits verwendet, können Sie direkt mit der Inbetriebnahme beginnen. In unserem Fall muss der montierte Filter jedoch gewechselt werden. Versorgen Sie das Gerät hierfür mit Strom und schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene 12-Volt-Kabel an die Fahrzeugbatterie an. Vor dem Öffnen des Kraftstofffilters ist der Additivtank leer. Entnehmen Sie den Filter und verschließen Sie ihn mit der Verschlussplatte. Hiermit wird verhindert, dass die restliche im Filter befindliche Reinigungsflüssigkeit ausläuft und Schmutz in den Filter gelangt. Nach dem Öffnen des Kraftstofffilters laufen 150 bis 200 ml Reinigungsflüssigkeit in den Additivtank zurück. Der Additivtank muss vor der weiteren Benutzung über den Entleerhahn an der Geräterückseite entleert werden. Schalten Sie den Hauptschalter für etwa 4 Sekunden ein. Verwenden Sie hierfür ein leeres Gebinde der benutzten Reinigungsflüssigkeit. Schließen Sie nach der Entleerung den Entleerhahn und schalten Sie das Gerät wieder aus. Setzen Sie nun den neuen Filter ein und markieren Sie ihn mit einem beiliegenden Aufkleber. Der Kraftstofffilter sollte jährlich oder je nach Verschmutzungsgrad spätestens nach 300 Anwendungen gewechselt werden. Trennen Sie zum ordnungsgemäßen Anschluss des Geräts am Fahrzeug vor der Inbetriebnahme die Stromversorgung. Drehen Sie den Druckregler zunächst auf Minimum. Je nach Fahrzeugmodell gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Verbinden Sie generell den Zulauf und gegebenenfalls den Rücklaufschlauch des Reinigungsgeräts mit Hilfe der Anschlussschläuche und den passenden Adaptern mit dem Zulauf und Rücklauf des Motors. Bei Verbrennungsmotoren ohne Rücklaufleitung entfällt der Anschluss des JetClean-Tronic Rücklaufs und der Einspritzanlage. Verbinden Sie in diesem Fall die Zulaufleitung vom Kraftstofftank kommend über den entsprechenden Adapter und einen geeigneten Kraftstoffschlauch und führen Sie diesen in den Einfüllstutzen des Kraftstofftanks ein. Weitere Anschlussmöglichkeiten können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen. Bei direkt einspritzenden Dieselsystemen wie zum Beispiel Common Rail müssen Sie den Zulaufschlauch vor der Hochdruckpumpe anschließen. Stellen Sie nun eine Ringleitung her, indem Sie die beiden Leitungen vom Kraftstofftank kommend bzw. zurückfließend mit entsprechenden Adaptern verbinden. Achten Sie darauf, dass der von den Einspritzdüsen bzw. Injektoren kommende Rücklauf mit in den Kreislauf eingeschlossen wird, damit der ProLine JetClean Diesel Systemreiniger nicht in den Kraftstofftank des zu reinigenden Verbrennungsmotors entweichen kann. Befüllen Sie den Tank des Geräts vor der ersten Anwendung mit 3 Litern ProLine JetClean Benzinsystemreiniger, sodass Sie während der Reinigung keine Flüssigkeit nachfüllen müssen und sich die Flüssigkeit nicht zu stark erwärmt. Die zusätzliche Menge wird jedoch nicht verbraucht und kann für weitere Reinigungsvorgänge verwendet werden. Bei späteren Reinigungen mit der gleichen Flüssigkeit empfehlen wir für einen Durchgang zur vorbeugenden Anwendung 500 ml bzw. bei problembezogener Anwendung einen Liter Reinigungsflüssigkeit zu verwenden. Da der Dampfdruck von Reinigungsflüssigkeiten bei zu hohen Temperaturen sehr stark ansteigt, wird die Reinigungsflüssigkeit gekühlt. Durch den integrierten Lüfter bietet unser Gerät besonders hohe Sicherheit. Der Warnton in Verbindung mit der roten Kontrollleuchte weist darauf hin, dass die Temperatur der Reinigungsflüssigkeit auf über 50 Grad Celsius angestiegen ist. Stellen Sie den Motor umgehend ab, um Reinigungsflüssigkeit nachzufüllen. Der Warnton in Verbindung mit der blauen Kontrollleuchte zeigt, dass der Reinigungsmitteltank nahezu leer ist. Der Motor kann somit abgestellt werden, bevor die Einspritzanlage Luft ansaugt und eine aufwändige Entlüftung notwendig wird. Wenn alle Leitungen verbunden sind, stellen Sie die Stromverbindung her. Schalten Sie anschließend das Gerät ein. Wählen Sie nun am Druckregler den Systemdruck des jeweiligen Einspritzsystems. Typische Kraftstoffsystemdrücke können Sie der Bedienungs- und der Kurzanleitung entnehmen. Starten Sie nach der Einstellung des Kraftstoffsystemdrucks den Motor. Überprüfen Sie im Anschluss, ob alle Verbindungen dicht sind. Bei Problemen den Motor unverzüglich abstellen und das Leck beseitigen. Die Reinigungsdauer ist vom jeweiligen Verschmutzungsgrad der Einspritzanlage abhängig. Die Reinigung sollte beendet werden, wenn die entsprechende Menge der Reinigungsflüssigkeit verbraucht ist. Wenn der Reinigungsvorgang vorbei ist oder unterbrochen werden soll, muss der Verbrennungsmotor abgestellt und das JetClean Tronic ausgeschaltet werden. In Abhängigkeit des Kraftstoffsystems fällt bei einigen Fahrzeugmodellen der Systemdruck am Manometer von selbst ab. Sollte dieser nicht von selbst auf Nullbar absinken, drehen Sie den Druckregler vor dem Abkuppeln der Leitungen manuell bis zum Anschlag nach rechts, damit die Leitungen druckfrei sind. Lassen Sie nach Abschluss der Reinigung den restlichen, im Gerät befindlichen ProLine JetClean-Benzin- bzw. Dieselsystemreiniger ab. Kuppeln Sie hierfür die Schnellkupplung des Zulaufschlauchs mit einem offenen Adapter und stecken Sie das offene Ende in das leere Gewinde des verwendeten Reinigers. Schalten Sie das Gerät für ca. 10 Sekunden ein, bis der Tank leer ist und die Pumpe beginnt Luft anzusaugen. Kuppeln Sie den Zu- und gegebenenfalls Rücklaufschlauch an der Gerätefront ab und lassen Sie die Restflüssigkeit auslaufen. Abschließend wird der Tank über den Hahn an der Geräterückseite entleert. Der abgelassene Reiniger kann bei der nächsten Reinigung wiederverwendet werden. Zum Schutz des JetClean-Tronic müssen die Tanks bei einer Stillstandszeit von mehr als einer Woche in Abhängigkeit vom verbauten Kraftstofffilter mit Benzin bzw. Diesel durchgespült werden. Stellen Sie nach Abschluss der Reinigung die ursprünglichen Leitungsverbindungen wieder her und prüfen Sie diese auf Dichtigkeit. Abschließend empfehlen wir eine Probefahrt und eine Motordiagnose durchzuführen und gegebenenfalls vorhandene Fehler zurückzusetzen. Zusätzlich zur Kraftstoffsystemreinigung bietet Ihnen JetClean-Tronic die Möglichkeit, das Ansaugsystem schnell und effizient zu reinigen. Je nach Motortyp steht für nicht aufgeladene Motoren ein Adapter bzw. für aufgeladene Motoren spezielles Equipment, bestehend aus Gummikonus, Nadel, Lüadapter, Schlauch und Kupplung zur Verfügung. Bei nicht aufgeladenen Motoren empfehlen wir die Montage des im Lieferumfang enthaltenen Adapters möglichst nah an der Drosselklappe. Bei aufgeladenen Motoren empfehlen wir hingegen die Montage des im Lieferumfang enthaltenen Gummikonus. Der Anschluss erfolgt über den Ausbau des Drucksensors am Ansaugrohr. Verwenden Sie hierfür je nach Durchmesser der Drucksensoröffnung den passenden Gummikonus. Verbinden Sie dabei den Spiralschlauch mit der Schlauchkupplung des Adapters. Um die Ansaugsystemreinigung durchzuführen, füllen Sie je nach Motortyp 300 ml ProLine JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin bzw. Diesel in den Tank des JetClean-Tronic. Für einige Verbrennungsmotoren und zur einfacheren Handhabung ist optional der JetClean-Tronic 2 TD-ASR mit Druckluftanschluss erhältlich. Für die Ansaugsystemreinigung benötigt das Gerät keine Stromversorgung. Starten Sie den Motor und beaufschlagen Sie den Tankdeckel mit Druckluft. Je nach Saugrohrunterdruck wird der Sitz des Adapters an der Trennstelle am Ansaugrohr verbessert. Zusätzlich kann der Saugrohrunterdruck durch Verstellen des Ansaugsystemreinigungsadapters beeinflusst werden. Durch Öffnen des Kugelhands wird in Abhängigkeit vom Saugrohrunterdruck die Reinigungsflüssigkeit angesaugt. Durch Drehen der Drossel am Spiralschlauch bestimmen Sie die Durchflussmenge des Reinigers. Wir empfehlen eine Dosiermenge von einer Umdrehung im Spiralschlauch in 1-2 Sekunden. Sollte sich keine Luft im Spiralschlauch befinden und die Dosiermenge nicht sichtbar sein, empfehlen wir Ihnen, den Spiralschlauch an der Drossel kurz zu trennen und wieder zu montieren. Prüfen Sie dann, ob die Anschlüsse dicht sind und keine Reinigungsflüssigkeit austritt. Die Reinigung sollte bei einer konstanten Drehzahl von ca. 2000 Umdrehungen pro Minute durchgeführt werden. Hierfür können Sie optional einen Gaspedalfeststeller verwenden. Den Reinigungsvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des Kugelhahns am Spiralschlauch unterbrechen oder beenden. Steigt die Motordrehzahl während der Ansaugsystemreinigung von selbst stark an und dabei über 3500 Umdrehungen pro Minute, schließen Sie den Kugelhahn am Spiralschlauch sofort und stellen Sie den Motor ab. Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die eingefüllte Flüssigkeit aufgebraucht ist. Entfernen Sie gegebenenfalls den Gaspedalfeststeller und stellen Sie den Motor ab. Nehmen Sie dann den Druckluftschlauch und den TD-ASR vom Gerät. Stellen Sie anschließend die ursprünglichen Leitungsverbindungen wieder her. Sofern sich noch ein Rest des ProLine JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin bzw. Diesel im Tank des JetClean Tronic befindet, entleeren Sie diesen. Der abgelassene ProLine JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin bzw. Diesel kann bei der nächsten Ansaugsystemreinigung wiederverwendet werden. Zum Schutz des JetClean Tronic müssen die Tanks bei einer Stillstandszeit von mehr als einer Woche in Abhängigkeit vom verbauten Kraftstofffilter mit Benzin bzw. Diesel durchgespült werden. Prüfen Sie alle Leitungsverbindungen auf Dichtigkeit. Mit dem JetClean Tronic 2 können Sie auch zeitgleich das Kraftstoff- und Ansaugsystem reinigen. Beide Arbeiten können ohne großen Aufwand und ohne Demontage der verschmutzten Bauteile erfolgen. Dies spart wertvolle Zeit und Arbeitsplatzressourcen innerhalb der Werkstatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Benzin Thriss